Danke. Die war echt lieb. Die merken wir uns. Wenn wir die nochmal sehen, dann machen wir auf jeden Fall irgendein schönes Geschenk. Die Duschräume. Dreckig. Stinkend. Nach Fisch. Oh, so viele Käfige. So viele Gefängnisse. Und wir sind mittendrin im Chaos. Oh, ich hätte so Angst, da hochzuklettern. Das kann doch nicht halten, wie das aufgebaut ist. Das war bestimmt langarm, Joe. Hey, zünd es an. Ich will ein Savepoint. Oh. Okay. Ja. Wir warten, bis das wieder zu uns rüber schwingt. Das ist sicherer, glaube ich. Knapp. Jetzt weiß ich nicht genau, was ich hier machen soll. Oh, doch. Ich glaube, ich weiß es. Pff. Wo bin ich drauf? Hey, ich bin noch nicht fertig. Ich komme wieder. Oder können wir das aufmachen? Nee. Ja. Und gleich. Ich verstehe das gerade nicht. Wieso geht das hier nicht weiter? Ich dachte, ich muss da hinten hinspringen. Hey. Oder muss ich den hier runterschieben? Oder bin ich einfach zu dumm, das zu schaffen? Hm? 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 Der Strom muss hier auf jeden Fall weg. Ich komme noch nicht... Oh, das ist ein Kabel. Es wäre mal schlau, wenn wir dem Kabel folgen würden. Es tut mir leid. Ja. Okay, Aufnahme läuft noch. Alles gut. So. Wo führt das Kabel jetzt hin? Da hoch. Oh. Man muss da doch weiter können, oder nicht? Ich meine, man kann ja nicht nur einfach so in die Mitte springen. Muss man ja auch einen Grund für haben. Nein! Oh. Schade. Oh. Kleines Mädchen. Es tut mir leid. Wieso fange ich hier unten wieder an? Ich habe oben gespeichert. Hm. 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 Aus dem Weg. Es tut schon weh im Kopf. Es tut weh. Meine Dummheit. Einmal versuchen wir jetzt noch. Wenn wir nicht weiterkommen, oder sterben, dann lasse ich den Part hier erstmal so stehen. Ich muss morgen auch wieder früh raus. So. So. Hier hoch. Aber das Spiel macht echt Spaß. Es ist echt richtig süß. Und wir sind einfach das einzig bunte in dieser Welt. Was so wirklich bunt ist. Oh. Bist du des Wahnsinns, Mädel? Bist du verrückt? Bist du blöd? und ändert. Ach geschafft. Ach geschafft. Hm. ich weiß nicht bist du verrückt mädel okay dann noch mal ich denke mal dass wir zu 100 prozent hier lang müssen also bis dahinten kann ich springen aber dann will er irgendwie nicht mehr so hier einmal raum der schwingt schräge so herr wie habe ich das eben geschafft so koko habe ich etwas dummes gemacht ich habe mich festgepackt okay dann lassen wir dem ich habe mich leider festgepackt so können wir uns auch umschauen ich dachte wir müssen auch darum aber so ist dem nicht ich bedanke mich auf jeden fall fürs zuschauen für die ersten parts oder dem part ich weiß nicht wie lange schon spielen und ich freue mich wenn ihr beim nächsten mal wieder einschaltet schönen abend noch tschüss